Hallo Leute, willkommen zurück zu Faktorio auf Volcanoes, was bedeutet wir sind in Space Age. Und heute wollen wir uns darum kümmern, dass wir hier eine vernünftige Produktion aufbauen können, so dass wir letztendlich dann auch die neuen Flächen für Metallurgie herstellen können. Und die nach Hause, nach Nauwies schicken. Und das was wir zuerst mal rausfinden müssen, wir haben hier ein paar Gießereien, wo wir aus Lava flüssiges Kupfer und flüssiges Eisen herstellen. Und da drüben haben wir dann Verarbeitung von verschiedenen Schritten. Aber bisher habe ich mich nicht wirklich darum kümmert, wie sieht es damit denn den richtigen Verhältnissen aus. Und das wollen wir heute ändern. Wenn wir schauen, eine Pumpe, die pumpt 1200 die Sekunde. Und so eine Gießerei wandelt 150, 125 die Sekunde um. Das heißt, dass die Pumpe dann etwas mehr als neun Gießereien bedienen. Und eine Gießerei hat dann einen Output von 93,7 die Sekunde. Und wenn wir hier mal schauen, die verschiedenen Rezepte für Eisen. Da brauchen wir 25 die Sekunde. Das heißt, für Eisenplatten könnten wir drei Gießereien anschließen. An eine pro Gießerei für flüssiges Eisen. Und ich glaube, für Kupfer ist das genau gleich. Stahl sieht etwas anders aus. Da sind es 37,5. Das heißt, da haben wir etwas höher. Wir können drei Stahl an einer Flüssig-Eisen-Gießerei funktionieren nicht. Aber was funktioniert, ist zweimal Eisenplatten, einmal Stahl. Und wir haben immer noch etwas flüssiges Eisen übrig. Wir können auch direkt die Zahnräder herstellen. Da brauchen wir 40 die Sekunde. Und wenn wir die Stäbe herstellen, da sind es 80 die Sekunde. Der Output ist aber auch höher. Also für die Stäbe, da ist es dann quasi 1 zu 1. Wenn wir hier die Leichtbauteile anschauen, da sind wir bei 21 und bei 60. Und hier bei den Kupferdrähten sind wir wieder bei 20. Und wir können hier dann aber auch die Fließbänder herstellen. Aber die funktionieren nicht direkt aus Eisen. Das heißt, das macht hier wenig Sinn. Aber ich glaube, das typische Verhältnis von Umwandlung Lava in flüssiges Metall zu Maschine, die es verarbeitet, ist in etwa 1 zu 3. Wir haben da ein paar Ausnahmen mit, natürlich da, wo wir Kupfer brauchen, für die Leichtbauteile. Da ist es 1 zu 1. Hier ist es auch 1 zu 1. Was wir hier mit diesem Setup bisher machen, ist, wir werfen all unseren Stein weg. Und vielleicht ist das ein bisschen eine Verschwendung. Wir können ein bisschen Stein auf die Seite legen, wie wir das hier tun. Aber dann auch Stein in Öfen geben, sodass wir Ziegelsteine rausbekommen. Und das möchte ich hier, hier haben wir etwas Platz. Wir können hier etwas aufräumen. Dann können wir hier ein Setup haben, wo wir Lava aus dem See pumpen. Das in flüssiges Metall umwandeln. Vielleicht war das etwas vorschnell. Und dann auch entsprechend die Verarbeitung von Stein hier mit einbeziehen. Wir haben die geschmolzenen Materialien und nun ist es an der Zeit, hier auch etwas daraus zu machen. Und ich denke, wir beginnen mal damit, hier eine Ablösung für unsere Chip-Produktion rauszufinden. Wenn wir hier schauen, so eine Schmelze, das sind 12 Kupferspulen die Sekunde. Und hier brauchen wir 2,7. Das heißt, wenn wir hier 2 haben, dann sind das 24. und hier dann 3, dann kommt das ungefähr wieder aufs selbe raus. Und das ist fast etwas das umgekehrte Verhältnis, wie wenn wir es mit den Montagemaschinen machen, wo wir 3 Maschinen für die Spulen brauchen und nur 2 für die grünen Chipset. Und ich denke, ich mache das mal hier nach unten. Ja. Hier brauchen wir 2 Stück. Und das versorgt uns dann 3 Maschinen. Das heißt, wir haben das in etwa so. Und dann hier machen wir das so. Und dann kopieren wir das Ganze nochmal. Mit den Rohren. Und hier haben wir 2,5. Das heißt, mit 4 Maschinen sind wir bei 10,15. Das sind 15 grüne Schaltkreise die Sekunde. Und das ist genau ein gelbes Band. Sehr schön, wie sich das ausgeht. Und das 3 Maschinen. Eine Gießerei für Lava. Und was wir hier noch brauchen ist Eisen. Wir brauchen auch Eisenplatten. Die machen wir hier. Da bekommen wir 3,75 die Sekunde raus. Und wir brauchen 2,5 die Sekunde. Das heißt, wir haben hier fast wieder dasselbe Setup. Das macht so. Das macht so. Das macht so. Das macht so. Dann müssen wir hier. Dann müssen wir hier etwas kreativer werden mit den Untergrundbändeln. Das macht so. Ich mach das mal nochmal weg. So dass wir dann hier auf dieser Seite, da brauchen wir Eisen, das hier auf dieser Seite auch nochmal skopieren können, mit den Bändern, die wir hier etwas dunkel machen. Und dann hier brauchen wir ein rotes Untergrundband, der hier rauskommt. Einmal, dann hier zweimal. Ja, das funktioniert, aber dann müssen wir hier noch Eisen anschließen, das Flüssige. Also machen wir hier. Und Eisen, da produzieren wir etwas mehr, als wir benötigen. Drum den Überschuss, den packen wir hier. Dann den Kissen rein. Und dann brauchen wir noch Robopod. Und wir haben die grüne Produktion abgedeckt. Für die roten, da brauchen wir 0,83 Kabel pro Maschine. Und wir haben 12 die Sekunde. Das heißt, wir können quasi um eine Gießerei 12 von den Gießereien platzieren. Aber für das brauche ich erstmal mehr Gießereien. Und dann muss ich mir da ein Layout überlegen, wie wir das am besten hinbekommen. Ich habe da mal etwas zusammengebastelt. Es ist sehr ähnlich, wie das Setup, das wir auf Nowis haben. Nur anstelle von einem Assembler in der Mitte für Kupfer bzw. die Spulen mit einem Förderband für Kupfer haben wir hier eine Schmelze. Und wir brauchen kein Förderband, welches die Kupferspulen zu den verschiedenen Maschinen bringt. Denn wir können das direkt hier mit Insurtern machen. Und mit dieser Anordnung haben wir auf zwei Seiten etwas mehr Abstand. Aber wir bekommen 12 Montagemaschinen rundherum. Und wir haben hier auf der Innenseite die Anlieferung für die grünen Schaltkreise. Und für Kunststoff. Und auf der Außenseite führen wir dann die roten Schaltkreise ab. Und hier nach genau sechs Montagemaschinen packen wir das Ganze auf die andere Seite. Und das Ganze ist so angedacht, dass das einfach hier nach unten erweitert werden kann, wie dieses Setup hier auch. Das heißt, alles was wir hier effektiv dann noch machen müssen, ist anschließen das Kupfer. Das Flüssige. Uh, da kommt fast kein Eisen mehr durch. Und dann hier packen wir das ran. Und dann brauchen wir von hier oben irgendwo Kunststoff. Kunststoff haben wir nicht wirklich in den großen Mengen. So wie ich das gerne hätte. Aber, ähm, da ist Kunststoff. Kann ich das hier so machen. Ja, das stimmt auch noch. Dann sollten wir hier nun alles haben, was wir brauchen für die roten Schaltkreise. Und dann müssen wir mal schauen, wo liegt es dann, dass wir da zu wenig, ähm, zu wenig Eisenflüssiges rausbekommen haben. Haben wir zu wenig Schmelzen für das, was wir brauchen? Nein, wir sind hier vollgelaufen. Dann versuchen wir das hier etwas zu beschleunigen mit einem zweiten Greifarm. Denn wir scheinen hier zu viel Stein zu produzieren, äh, dass wir hier einen, einen Rückstall haben. Und das kann nicht gut sein. Wenn wir das dann hier noch so machen, dann sollten wir das genügend Schäl hier vom Band wegbekommen. Und so dafür sorgen, dass wir den Eisennachschub sicherstellen können. Und vielleicht müssen wir da, brauchen wir ein bisschen ein besseres Setup, um die Steine zu beseitigen. Aber wir haben rote Schaltkreise. Und ich denke, für die blauen, ähm, da tut es im Wesentlichen dieses, dieses Setup, das können wir nicht wirklich weiter verbessern. Ähm, darum, kopieren wir das einfach mal nach hier drüben. Wir machen da noch einen, einen Europa-Park dran. Dann, ähm, aus hier ist der Ausgang. Hier brauchen wir die Schwefelsäule. Da brauchen wir rote Schaltkreise. Und da brauchen wir grüne Schaltkreise. Und hier. Später hier. Und... vor den Mond. Dann machen wir hier das hier hin und dann brauchen wir das nicht mehr. Das nicht mehr, das nicht mehr, die nicht mehr, die nicht mehr, das nicht mehr. Also, ja. Und wir brauchen auch das nicht mehr, das nicht mehr. Ja, was wir noch haben wollen, ist hier am Ende, wenn wir da noch was übrig haben, dann packen wir das in Kissen, denn wir werden es benötigen. Und wenn wir da was haben, packen wir das auch in der Kiste, begrenzen das aber auf drei Stacks. Wenn wir hier die Rohre entfernen. Und hier die grünen Schaltkreise anbinden. Und dann all das hier kommt weg, 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 weg. Weg, 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 ah, die belassen wir vielleicht. Die kommen früher oder später sowieso weg. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Und dann haben wir eine anständige Chipsproduktion aufgezogen, sofern wir hier mit unserem Kunststoff Schritt halten können. Ähm, denke ich, haben wir, sind wir in einer besseren Situation, als wir vorher waren. Und nächstes Mal müssen wir uns anschauen, ähm, was machen wir denn für die Produktion, für die metallurgische Verarbeitung. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.